Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder mal D.F. Brandenburg vom Theatermagazin Die Deutsche Bühne. Hinter mir sehen Sie ein Büro und nicht das Vorderhaus eines Theaters, nämlich das Theater Lübeck. Aber vorne war es so turbulent und so laut, dass ich mich hierher zurückziehen durfte. Vielen Dank dafür. Und es war so turbulent und so laut, weil wir da eine sehr gefeierte Premiere von Richard Strauss Salome hören durften und erleben durften. Die Salome, da bin ich mir sicher, die kennen Sie. Das ist eine sehr bekannte Oper. Gleichwohl eine Oper, die in jeder Hinsicht sehr schwierig ist, sowohl auf der szenisch-interpretatorischen Ebene wie auch auf der musikalischen. Das ist anspruchsvolle Musik. Bei der Premiere, bei der Uraufführung dieser Oper, da hat sich fast die halbe Prominenz von Europas Opern- und Musiktheaterschaffenden versammelt, um dieses ungeheuer moderne Werk zu hören, wo Strauss wirklich schon bestimmte Erscheinungen der atonalen Musik vorweg nimmt. Er beschreibt das mal so als Kadenzen, die schillern wie Seide so ungefähr und beschreibt die Bitonalität. In der Tat, diese Oper balanciert am Rand der Totalität und sie geht so weit in den musikalischen Exzess, weil sie auch ein sehr exzessives Geschehen beschreibt, nämlich die Geschichte dieser Königstochter Salome, ein ziemlich verkommenes Königshaus, so wie es Oscar Wilde darstellt und wie es Richard Strauss dann aufnimmt. Und die sich in den Propheten Johannaahn verliebt, weil sie in ihm eine Reinheit findet, die sie in ihrer Familie vermisst. Aber leider, dadurch, dass sie ihn so heiß begehrt, ist es auch wieder unrein und er lässt sie nicht an sich heran, weil er sich nicht von seinem Gott ablenken will. Und das empört oder verletzt sie so sehr, dass sie mit einem sehr unzüchtigen Schleiertanz ihren Vater bezirzt, ihr den Kopf, der sich ihr verweigert, auf einem Silbertablett zu servieren. Ich bin sicher, Sie kennen alle die Story. Die interessante Frage ist, was macht man daraus? Okay, bleiben wir erst mal bei der Musik, denn auf der Ebene war der Abend großartig gelungen. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin total beeindruckt, was die hier in Lübeck da hinbekommen haben. Und da möchte ich nicht mit der meistbejubelten Sängerin beginnen, sondern mit dem Generalmusikdirektor Stefan Vlada und seinem Orchester, der, glaube ich, das Fundament für dieses Gelingen gelegt hat. Vlada fängt ganz kammermusikalisch zart an. Und das ist auch genau richtig so. Und er nimmt diese Musik nicht von einer jetzt so überaus klang- oder kraftvollen Weise. Also er malt nicht in Klangfarben oder so, sondern er nimmt sie eigentlich von der Struktur her. Und das macht er genau richtig, weil in der Struktur liegt die wahre Modernität von dieser Oper. Und das kann man ganz toll verfolgen. Und mir hat es auch wahnsinnig gut gefallen, wie er von diesem kammermusikalisch zarten Beginn dann immer mehr Kraft gegeben hat, den Konturen immer mehr Schärfe gegeben hat. Und nachher wirklich also eine ganz tolle, prägnante, aber nie irgendwie verwaschene oder diffus exzessive Orchesterleistung hervorgebracht hat. Das war ganz tolles, klar formuliertes und trotzdem extrem mitreißendes Musiktheater, was er da geschaffen hat. Und damit hat er den Teppich ausgelegt für Evomorphia Metaxaki, eine griechische Sängerin, die seit 2014 hier Ensemble-Mitglied ist, die Titelpartie gesungen hat. Und ich muss sagen, die hat sie toll gesungen. Also wirklich fast ohne Einschränkungen toll. Und das fast, das erwähne ich nicht weiter, weil es so gut war. Aber sie hat eine fast noch lyrische Stimme, eine jugendlich-lyrische Stimme. Und das ist gut bei dieser Partie. Die darf nicht zu dick besetzt sein, denn die Salome ist eigentlich noch ein pubertierendes, irgendwie verirrtes Mädchen. Die darf nicht zu reif und auch nicht zu hochdramatisch klingen. Das hat sie toll gemacht. Also wirklich mit einem wunderschönen Piano, mit einer glockenrein klaren Stimme in den Höhen, in der Tiefe, richtig mit einer tollen Brustresonanz. Dazwischen das Passaggio, das war manchmal nicht so ganz ideal verblendet, aber das ist wirklich das Einzige, was man daran meines Erachtens aussetzen kann. Ganz große, sowohl interpretatorische wie auch musikalische Leistung. Großes Kompliment. Dann haben wir hier ein durchaus prominentes Rollendebüt gesehen. Nämlich das Rollendebüt von Boskowus als, genau, als Johanna Ahn. Als der Prophet, in den sich diese Salome verliebt. Und Boskowus, den kennen Sie mit Sicherheit. Ich glaube, meine erste bewusste Erinnerung ist sein Wotzek an der Hamburgischen Staatsoper, damals in der Inszenierung von Peter Kornwitschny. Das war ganz großartig. Und den Johanna Ahn hier hat er auch mit allen Tugenden gesungen, die ihm gegeben sind. Diese markante, klare Stimme, diese energetische Stimme, diese unglaublich gute Artikulation. Das war alles ganz toll. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht doch eine Dimension dieses Johanna Ahn verpasst hat. Nicht gut genug herausgearbeitet hat. Vielleicht auch, weil das ihm nicht so wahnsinnig liegt. Und das ist dieses Geheimnis, das dieser Johanna Ahn hat. Er klang wirklich ein bisschen wie Wotzek. Aber Johanna Ahn ist kein Wotzek. Der muss irgendwie, wie soll man sagen, eine gewisse Aura, eine gewisse Abgeklärtheit haben. Und dazu hat Mia Skowhoff dann doch vielleicht ein bisschen zu direkt gesungen. Obwohl er toll gesungen hat, möchte ich ausdrücklich sagen. Und dann haben wir noch einen sehr, sehr guten Herodes gehört. Wolfgang Spaninger war das. Hat er auch ganz klasse gemacht. Sehr kultiviert. Man könnte diese Figur vielleicht ein bisschen schriller, krasser zeichnen. Aber wenn ich jetzt darauf komme, dann bin ich schon bei der Inszenierung. Bei der Inszenierung von Christiane Lutz in Bühnen und Kostümen von Christian Tabakow. Ehrlich gesagt, mit der Inszenierung habe ich mich schwer getan. Die fängt ganz realistisch an. Da sieht man so eine, ja, Figuren vor einer weißen, gekachelten Wand. Das sieht ein bisschen aus wie eine Küche oder wie ein Wirtschaftsraum eines Hotels. Und bald kommen auch so livrierte Bediente rein. Also so in schicken, weißen Jacketts. Klar, das ist sozusagen die Szene vor dem Festsaal. Da hinten spielt das Fest. Und der Hauptmann der Palastwache, wie heißt er denn jetzt noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Gibt es doch gar nicht. Der Narrabot da, der beobachtet, wie Salome, wie schön Salome an diesem Abend ist. Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht. Und das ist so eine ganz clean, realistische Szenerie, wo man zunächst mal denkt, okay, wo ist die eigentlich verortet? Ja, irgendwo zeitgenössische Nobel-Schickeria vielleicht, die irgendwie die Party feiert. Und das ist der Raum davor bei den Bedienten. Und wenn dann Salome nach vorne kommt und schließlich auf Johanna antrifft, dann fährt auf so eine Geste von ihr diese Wand nach oben. Und dann hat man fast in so einem etwas surrealen, leicht erhöhten Raum so eine Familienaufstellung, wo dann das, was der Johanna an der Familie, der Salome vorwirft, auch richtig nachgestellt wird mit den beiden Darstellern von Herodes und Herodias. Also so eine Art Familienaufstellung. Und darum geht es offenbar der Regisseurin auch. Also sie versucht irgendwie diese sehr, sehr mythische, schwierig zu fassende Handlung auf so eine, ja, so eine psychoanalytische, ja, Verstehbarkeit runterzubrechen. Aber das gelingt ihr nicht so richtig, finde ich. Da sind ein paar ganz gute Ansätze drin. Auch gerade, sie betont sehr die Ähnlichkeit zwischen Salome und Johanna an, auch völlig zu Recht. Da gibt es große Parallelen, gerade auch in diesem Verlangen nach Unschuld, das sich dann pervertiert. Ich habe es ja vorhin eingangs schon beschrieben. Aber letztlich weiß man eigentlich gar nicht so genau, wo das verortet ist, worauf sie hinaus will damit. Sie bedeutet eigentlich bloß die Handlung durch ihre Personenführung und ihre Symbole. Sehr wichtig, so eine runde, weiße Scheibe, die dann den silbernen Mond und natürlich auch das Silbertablett, wo dann der Kopf serviert wird, symbolisiert, obwohl er dann am Ende gar nicht auf diesem Tablett symbolisiert wird, obwohl es nahegelegen hätte. Na gut, also diese Inszenierung kann sich zwischen ihrem Realismus und ihrem Symbolismus nicht so richtig entscheiden und tritt von daher ein bisschen auf der Stelle. Und gerade auch Herodes und Herodias bleiben als Figuren sehr, sehr blass. Das hat sicherlich damit zu tun, dass sie vielleicht zeigen will, das ist alles mehr so nur im Kopf, der Salome spielt. Aber ja, so ganz funktioniert das aus meiner Sicht nicht. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber ansonsten eine tolle Produktion, musikalisch absolut lohnenswert. Wenn Sie es einrichten können, fahren Sie nach Lübeck. Das hat auch noch einen anderen Grund, warum man es gerade hier ganz toll sehen kann, weil natürlich dieses Jugendstil-Theater, dieses Dülfer-Theater, so hieß der Architekt, wirklich ganz großartig zu dieser Jugendstil-Musik und diesem Jugendstil-Libretto passt. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Mal. Detlef Brandenburg von der Deutschen Bühne sagt Tschüss, bis demnächst in einem anderen Theater. Ja, tschau. Ja, tschau.